Maradona wechselte mit 33 nach Argentinien, Ronaldinho wechselte mit 31 nach Brasilien, Messi wechselte mit 33 nach Frankreich, Pelé wechselte mit 35 in die USA. Aber dass Ronaldo mit 38 nach Saudi wechselt, geht nicht und macht seine 20-jährige Karriere auf Topniveau zu nichts. Hä? Das kannst du gar nicht vergleichen! Wäre nach Portugal gewechselt, wäre es doch komplett okay gewesen. Na, Bruder, du kannst jetzt nicht Maradona schlechtreden, der am Ende vor seiner Karriere nochmal in seine Heimat wechselt. Das ist das Normalste, was du machen kannst. Er hat ja nicht großes Geld mitgenommen und ist in seine Heimat gewechselt. Digga, er ist zu irgendeinem scheiß armen argentinischen Bein gewechselt. 97 Donatik 100 Bits. Messi wird in die MLS gehen. Und Messi wechselte nach Frankreich, hä? Die vergleichen einfach gerade Frankreich mit Saudi-Arabien. Hä? Pelé wechselte mit 35 in die USA. Auch besser! Alles besser! Ronaldinho wechselte nach Brasilien. Seine Heimat. Das süßeste, was du machen kannst. Hä? Mit das dümmste Argument, was ich bisher gesehen habe. Also ohne Spaß, ich bin keiner, der jetzt Ronaldo zu Boden getreten hat für diese Aktion. Aber Chat, alles, was ich von diesem BSN-Football-Account bisher gesehen habe, dünnschiss! Diese Lüge gerade eben mit, was Maradona über Ronaldo gesagt hat, war auch von dem Account. Bitte schickt mir nichts mehr von diesem BSN-Football-Account. Oder wer diesen Account auf Twitter macht. Größer Müller-Account. Was ist das? Ich blogge den jetzt kurz auf Twitter. BSN-Football. Hier, der hier. Vier Followers. Normal erzählt er die ganze Zeit Lügen. Okay, was hat Sergio Ramos gesagt? Der Typ mag Ronaldo. Mal gucken, vielleicht kann das ja stimmen. Einmal in Real Madrid sagte Ronaldo nach dem Training, er könnte die ganze Mannschaft alleine besiegen. Er sagte, er würde uns 30 Millionen Euro geben, wenn wir ihn besiegen könnten. Der portugiesische Dämon hat uns mit 470 Toren Vorsprung demoliert. Ronaldinho hat 30 Millionen gewettet, dass er gegen die ganze Mannschaft gewinnt und hat 470 Tore gemacht. Oder, das ist ja nicht mal mehr ernst gemeint, oder? Er hat es vor allem zweimal gepostet, einfach. Okay, mal gucken, was Conor McGregor über Ronaldo gesagt hat. Als ich dieses Face-Off mit Cristiano hatte, bin ich vor Angst fast ohnmächtig geworden. Man konnte die Angst in meinen Augen sehen. Es war schrecklich. Dieser portugiesische Dämon hat die Augen eines Tigers, Digga. Was ist das, Digga? Was sind das für ausgedachten Zitate? Warum sollte Conor McGregor sagen, man hat die Angst in meinen Augen gesehen? Bruder, ich habe noch nie so Lügen gesehen im Internet. Noch nie! Man hat die Angst so krass in seinen Augen gesehen, Chad. Boah, war Cristiano Ronaldo Solarium? Mal gucken, was noch gesagt hat, Digga. Okay, was hat Maradona gesagt? Ich war in einer Gang namens Banditos. Mein Leben ging bergab. Digga. Das Einzige, was mich am Leben hielt, war das Wissen, dass ich nach Hause gehen, den Fernseher einschalten und Cristiano spielen sehen kann. In dieser Gegend in Wien. Den portugiesischen Dämon. Was ist das? Was ist das? Hä? Ohne Sinn, was labert er die ganze Zeit für Scheiße? Hier sind nur Lügen-Zitaten. Bruder, ich war in einer Gang namens Banditos. Ihm ist einfach kein besserer spanischer Name eingefallen. Maradona. Bei den Banditos. Digga, es kann nur... Oh mein Gott. Wieder ein Maradona-Zitat. Ich kann das nicht mehr, Chad. Einmal war ich mit Cristiano im Dschungel fechten. Bruder! Das ist ja nicht mal ernst gemeint. Das ist ja nicht mal ernst gemeint, oder? Das ist gemeint, Digga. Ich kann dem das gar nicht mehr übel nehmen. Das sind einfach lustige Zitate. Einmal war ich mit Cristiano im Dschungel fechten. Was ist das? Plötzlich sahen wir drei Grizzly-Bären auf uns zukommen. Cristiano sagte mir, ich soll stehen bleiben und ihm vertrauen. Der portugiesische Dämon. Starte die drei Pärle an und sie sind voller unter Angst ohnmächtig geworden. Mein Digga. Oh, Digga, ich kann nicht mehr. Ey, Chapo! Einfach ein Gangster. Er hat mal einen Drogendealer reingepackt. Okay, was sagt El Chapo, der Drogendealer? Der gelte Bruder. Er redet über Cristiano Ronaldo. El Chapo über Cristiano Ronaldo. In 2015 wurde ich zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal frei komme. Plötzlich kam Cristianos Kopf aus dem Boden meiner Zelle raus. Der portugiesische Dämon hatte einen Kilometer langen Tunnel unter meine Zelle gegraben und so kam ich frei. Alter, das ist wirklich nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht mehr normal. Okay, Mbappé über Cristiano Ronaldo. Er war Ronaldo-Fan, das könnte stimmen. Cristiano Ronaldo ist ein Alien. Ich werde ihn nicht Goat nennen, weil er nicht von diesem Planeten ist. Menschen erreichen nicht mal 700 Spiele und er macht 700 Tore. Ist schon glaubwürdiger. Wisst ihr, wie ich meine? Nein, wieder... Wieder ein Maradona-Zitat, Chat. Ich komme mit diesen Maradona-Zitaten nicht mehr klar. Und die werden in meinen Discord gepostet, weil Leute das glauben. Okay, lesen wir dieses Maradona-Zitat über Ronaldo. Im Jahr 2014 wurde ich entführt und mir wurde gesagt, dass sie mich nur gehen lassen, wenn ich ihnen sage, dass Messi der Goat ist. Ich wurde stundenlang gefoltert. Aber jedes Mal, wenn sie mich fragten, wer der Goat ist, sagte ich Cristiano Ronaldo dos Santos Alvedo. Ja, stimmt. Oh Mann, Chat. Antonella ist vielleicht Messis erste Lieber, aber er war nicht ihre... Ah, lol. Das stimmt sogar. Das habe ich auch schon mal gesehen. Yo, nein, warte mal. Nein, warte mal, Digga. Ich dachte schon, eine Sache noch mal. Dieses Bild hier. Ja, okay, Cristiano Ronaldo war es eigentlich ihre erste Liebe, okay. Es ist jetzt langsam Zeit. Ich werde diesem Account doch nicht... Ich werde ihn doch nicht bannen. Ich werde ihm folgen. Ich werde ihm folgen, Chat. Digga, es ist unglaublich. Ich habe noch nie so einen geisteskrank scheißen Account gesehen. Digga, schon wieder BSN Football, Bruder. Es reicht. Ich schwöre, es reicht. Garnacho in Argentinien. Bringen sie uns bei Cristiano zu hassen. Sie übertragen seine Spiele nicht live im Fernsehen. Ich musste mir seine Spiele über illegale Seiten angucken. 100 Prozent. Bruder, ich lese mir diese BSN Football-Zitate. Kann ich mir nicht mehr durchlesen, ernsthaft.